Ich will jetzt noch gar nicht so viel dazu sagen, wie das jetzt für mich war, nach 30 Jahren nochmal eine Folge zu gucken. Hallo und herzlich willkommen im Darwin-Pod. Wir besprechen heute für euch die Folge 3 der Staffel 1 mit dem Titel Das versunkene Wissen oder auf Englisch Treasure of Mind. Hallo zusammen. Hi. Wir sind heute aber nicht allein, wie ihr schon gehört habt, sondern wir haben uns einen Experten für versunkenes Wissen dazu geholt. Hallo Michael. Hallo. Freut mich, dass ich heute hier bin. Hatte ich gerade schon ein bisschen zu früh Hallo gesagt. Aber das ist ja nicht schlimm. Und bevor wir mit der Folge anfangen, haben wir noch ein bisschen Feedback und Hausmeisterei für euch. Ja, Sabine, du hast was zu erzählen. Du warst nämlich schwer unterwegs, ne? Ja, ich hatte die letzten zwei Wochen jede Menge Podcast-Aufnahmen, einige davon sehr spontan. So war ich bei Gregor im Dinge-von-Interesse-Podcast, was eigentlich erst nur ein Mikrofontest sein sollte. Aber dann haben wir noch spontan aufgenommen und über die Prodigy-Absetzung gesprochen und natürlich auch über Sequest und den Damen-Pod. Und ich muss auch Gregor sehr loben, weil er hat auch in seinem anderen Podcast uns erwähnt und für uns Werbung gemacht, sodass wir auch direkt seinen Podcast-Hörer gewonnen haben. Und so hat uns zum Beispiel Miri im Kommentarfeld geschrieben, dass sie über Gregor zu uns gestoßen ist. Ja, ganz vielen lieben Dank nochmal, Herr Gregor, für die fleißige Berg. Ja, und weiter ging es mit der Werte-Tour dann im Dreck-Talk-Podcast, wo ich über meine Reise ins 1701-Museum in Eberswalde gesprochen habe. Und dann hatten wir auch noch, was diese Woche rausgekommen ist, eine Aufnahme mit dem Grauen Rad, dem Babylon 5 Podcast, wo wir über unsere Re-Watch-Erlebnisse gesprochen haben, weil wir Babylon 5 mit unseren Kindern geschaut haben. Und dann möchte ich mich auch noch bedanken an Jörn vom High-Alarm-Podcast. Also es gibt einen Podcast, wo High-Trash-Filme anscheinend geschaut und besprochen werden. Und Peter von Trackipedia, die uns etwas Feedback gegeben haben zu Tonqualität und Aufnahmetechnik. Und da muss ich sagen, sind wir sehr dankbar für, weil wir sind ja noch voll am Lernen, was Aufnahmen, Aufnahmetechnik und Schnitttechnik angeht. Und dann haben wir uns auch sehr gefreut über die ganzen Tweets und Tricks von den Leuten, die jetzt extra wegen uns sich jetzt Sequest-Staffelboxen gekauft haben und unserem Podcast zu folgen. Ja, wir haben auch schon immer 200 Downloads der ersten beiden Folgen. Das freut uns sehr. Das ist viel mehr, als wir am Anfang erwartet hatten. Und tatsächlich, oder vielleicht auch einem VPN geschuldet, keine Ahnung, scheinen ein paar aus dem Ausland uns zu hören. In Südafrika, in den USA, in Finnland, Slowenien, Norwegen und in UK. Also wenn das wirklich stimmt, freuen wir uns um eine kurze Rückmeldung von euch, wie das denn kommt. Und wie ihr da ins Ausland gekommen seid und gleichzeitig auf uns. Da würden wir uns sehr freuen, da was zu hören. Ja, und dann möchten wir natürlich auch unseren Gast genauer vorstellen. Das ist Michael Kloy, bekannt von seinem Podcast Klönen mit Kloy und vor allem auch der Fantastischen Antike. Michael, möchtest du dich kurz vorstellen, was du so machst? Ja, sehr gerne. Also ich bin ursprünglich eigentlich gelernter Althistoriker. Das heißt, ich habe irgendwann mal Geschichte, politische Wissenschaften und Wirtschafts- und Sozialgeschichte studiert. Hatte mich dann aber schon im Studium und dann in der Doktorarbeit auf die alte Geschichte spezialisiert. Genau genommen sogar auf das Zeitalter des Hellenismus, das ja heute in dieser Folge eine gewisse Rolle spielen wird. Im Laufe der Zeit habe ich dann eben dann an verschiedenen Unis gearbeitet und bin dann aber irgendwie, ja, so fast so ein bisschen durch Zufall dann auch so ein bisschen in die Fantastik-Schiene geraten, weil ich einfach mal ein Buch mit Kurzgeschichten von Isaac Asimov gelesen hatte. Und da waren halt mehrere Kurzgeschichten drin, die ziemlich bemerkenswerte Bezüge zur antiken Welt hatten. Und das hat mich dann interessiert und dann habe ich angefangen, das zu untersuchen. Und das hatte ursprünglich halt ganz klein angefangen. Und mittlerweile habe ich halt einen ja doch recht gut laufenden Blog zu dem Thema, einen recht gut laufenden Podcast zu dem Thema und habe drei Sammelbände zur antiken Rezeption in der Science Fiction, zur antiken Rezeption in der Fantasy und jetzt relativ neu zur antiken Rezeption im Horror herausgegeben. Und das heißt im Prinzip, dass ich mir zum Beispiel angucke, was bei Star Trek oder was bei Herr der Ringe oder was bei Evil Dead ist von der antiken Welt, von der antiken Mythologie oder von der antiken Geschichte motiviert, inspiriert, kopiert. Das gibt es alles. Und damit beschäftige ich mich jetzt so und das macht mir ziemlich viel Spaß. Ja, sehr schön. Ich hätte da noch eine Frage. Ich habe jetzt schon in zwei, drei Podcasts gehört, wie du zu Star Trek gekommen bist. Ich habe auch schon mal gehört, wie du zu Star Wars gekommen bist. Aber die Geschichte Michael Kloy und Seacrest, die haben wir, glaube ich, exklusiv. Kannst du dir einfach Worte zu verlieren? Tatsächlich, tatsächlich habt ihr die exklusiv. Also ich weiß noch, dass ich Seacrest damals in der deutschen Erstausstrahlung gesehen habe. Ich weiß, dass es mir sehr gut gefallen hat und ich deshalb wahrscheinlich ziemlich jede Folge gesehen habe. Also das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das heißt, das ist ziemlich genau 30 Jahre her und ich war da damals 15 Jahre alt. Danach habe ich das nie wieder gesehen, vielleicht höchstens mal zufällig so im Flitschen durch die Kanäle mal eine Wiederholung gesehen oder so. Und habe aber hier und da immer wieder mal dran gedacht, dass schon, also gerade auch im Zusammenhang mit Star Trek, da gibt es ja irgendwie so in gewisser Weise parallel. Und dann hattet ihr ja vor einiger Zeit halt angefangen, entweder beim Zwitschern oder beim Tröten, habe ich das dann gelesen, euch vermehrt damit zu beschäftigen und dann irgendwann auch den Podcast ins Leben zu rufen. Da habe ich da wieder ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Und jetzt für die heutige Sendung habe ich mir dann tatsächlich zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder eine Folge Seacrest angeschaut. Und ich war ganz baff, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Die ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen, das war mir alles noch total präsent. Das fand ich wirklich Wahnsinn. Also ich konnte mich nicht mehr an die Handlung erinnern, aber an die Personen, auch konkret Personen, die nur als Gaststars in der heutigen Folge dabei sind. Da konnte ich mich tatsächlich dran erinnern. Das fand ich schon bemerkenswert. Ja, so zwei, drei von denen sieht man ja auch öfter, aber ja klar, das bleibt immer so im Hinterkopf. Das ist schon spannend. Na, also ich hatte halt Roy Scheider, weiß ich nicht, ob ich den damals schon von Der Weiße Hai kannte. Ich glaube, ich habe Der Weiße Hai ein bisschen zu früh gesehen. Könnte sein, dass ich den da schon gesehen hatte. Jonathan Brandis kannte ich natürlich von Die Unendliche Geschichte und war natürlich in meinem damaligen Alter natürlich dann meine Identifikationsfigur, sage ich mal. Ich weiß noch, dass ich Ted Raimi sehr, sehr mochte, wobei ich nicht weiß, weil der bei Sequest ja mit dieser Brille und so auftritt, wobei ich nicht weiß, ob ich geschnallt habe, dass das derselbe Schauspieler wie aus diversen anderen Filmen und Serien, die ich so kannte ist. Es kann sein, dass ich das erst gestern kapiert habe, als ich mir die Folge noch mal angeguckt habe, aber ich weiß noch, dass ich ihn sehr gemocht habe. Und diesen anderen Schauspieler, dessen Namen habe ich jetzt gerade nicht mehr präsent, der so ein bisschen eher so, ach, wie sagt man so, eher so ein bisschen so den charmanten, attraktiven Leichtfuß spielt. So, ich komme jetzt gerade nicht darauf, wie er heißt. Den hatte ich auch noch total präsent, weil ich den damals auch sehr gemocht habe. Steigen wir einen in die Folge oder gibt es noch Vorbemerkungen? Oh, ich habe eine Sache vielleicht gerade vergessen. Ich hatte mich gerade auf die männlichen Schauspieler ein bisschen konzentriert. Tatsächlich mit am besten konnte ich mich eigentlich an Stacey Heiduck erinnern und witzigerweise genau die Folge, die ich da irgendwie oder die Szene, die ich da im Kopf hatte, war ausgerechnet in der Folge, die ich jetzt für diesen Podcast noch mal geschaut habe. Und ich habe jetzt schon viel gehört, was so eine der berühmtesten Szenen diesbezüglich ist. Die hatte ich witzigerweise gar nicht im Kopf, sondern eine andere Szene, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Aber Stacey Heiduck, die hatte mich damals als 15-Jähriger auch sehr angesprochen. Ja, ich denke auch dafür ist sie gecastet worden. So bitter das ist, aber so war das einfach damals. Ja, dann fangen wir an mit der Folge. US-Premiere war am 26.09.1993 und in Deutschland dann am 02.02.1994. Als Regisseur haben wir Brian Spicer, der in ganz vielen US-Serien wie Castle, House, CSI, Bichy geführt hat. Drehbuch ist wieder von Rockne, Susan und Bannon, wie in der letzten Episode. Und diesmal gemeinsam mit David Kemper, der auch wie Susan und Bannon in Faske Drehbuch geführt hat. Und wir haben ganz besondere Gaststars diesmal. Zum einen Erik Avari. Woher können wir den kennen, Patrick? Den kennen wir aus Die Mumie, aus Stargate, aus Planet der Affen von 2001, aus 100 Serien, in denen er Nebenrollen gespielt hat, aus diversen Filmen, in denen er Nebenrollen gespielt hat. Also ich glaube, Erik Avari ist für mich das Gesicht, wenn ich an berühmte Nebendarsteller denke. Dann ist es immer er. Der ist überall schon rumgesprungen. Was ganz lustig ist, in der deutschen Wikipedia ist ausgerechnet dieser Auftritt in dieser Sequest-Folge nicht Teil seines Eintrags. Also da müsste mal nochmal einer ran, der gerne mal in der Wikipedia editiert. Dann haben wir noch Turhan Bey. Den kennt man auch aus diversen Filmen, diversen Serien, aber als Sci-Fi-Enthusiast wahrscheinlich, vor allem als Emperor Turval in Babylon 5. Und dann haben wir noch Patricia Hurt und das ist die Frau von Richard Hurt, der Admiral Noyce spielt und sie spielt in dieser Folge die Frau von Admiral Noyce. Also hat er sich einfach seine Frau daneben gelegt, wie wir nachher sehen werden. Und ich will mal vorschlagen, dann fangen wir mal an mit der Handlung. Sabine, magst du uns mit ins Setting nehmen? Wie geht es denn los? Also wir tauchen ab. Wir befinden uns auf einer argeologischen Mission im Mittelmeer vor Alexandria, Ägypten. Und wir sehen gleich wieder unser Team Wissenschaft. Richard und Westfalen sind im Pooldeck gemeinsam mit dem Argeologen Dr. Rafiq Hassan. Und sie bergen gemeinsam Schätze, die sie gefunden haben. Und wir sehen da wirklich einmal einen kompletten Lauf durch die Frühgeschichte aller Anrainerstaaten im Mittelmeerraum. Wir sehen eine phönizische Ampore. Wir sehen ein Parfümflakon aus dem Römischen Reich, 100 Jahre vor Christus. Wir sehen Tontafeln mit Keilschrift, die von den Sumerern kommen sollen. Wir sehen eine Menorah aus Judea, also den typischen Kerzenhalter und eine Statue von der ägyptischen Göttin Isis. Also man kann sagen, alles, was so antike, berühmte Völker waren, haben einen Schatz dagelassen, der jetzt geboren wurde. Michael, stell dir mal vor, du würdest sowas finden. Ist Sechster im Lotto wahrscheinlicher oder? Ja, nee, das wäre schon relativ toll. Also ich meine, wir haben ja alle paar Jahre immer wieder mal das Glück, dass man nochmal irgendwie was Tolles findet. Aber so viele tolle Gegenstände dann gleich in einem zu finden, das ist natürlich tatsächlich mehr als außergewöhnlich. Und es wird ja dann in der Serie auch angesprochen. Natürlich, es wird ja dann auch in der Folge angesprochen, wenn ein Handelsschiff gesunken ist in der Antike oder so, hat man da dann natürlich diverse Sachen auf dem Schiff, die man findet. Das Besondere ist hier dann aber eben tatsächlich, dass es zu viele Kulturen und zu viele unterschiedliche Jahrhunderte sind, als dass eben da ein Handelsschiff gesunken sein könnte oder so. Also das deutet eben alles auf einen extrem außergewöhnlichen Fund hin. Und so die Props, wie fandst du die so am Anfang? Ist das realistisch dargestellt oder? Ja, das, ich bin ja jetzt kein Archäologe, aber da hat mich, da hat mich, ja, nee, also da hat mich jetzt so gesehen nichts verwundert irgendwie. Ganz schön fand ich bei der, was war das aus Phönizien nochmal aus dem 5. Jahrhundert vor Christus? Was war es für ein Gegenstand? Eine Amphore, da sagt er ja, die Inschrift könnte Punig sein, das hat mir dann gefallen. Punig bezieht sich ja auf Katago, also ist ein anderes Wort für Katagisch, ist das lateinische Wort für Katagisch eigentlich. Und Katago war ja die bedeutendste phönizische Kolonie im westlichen Mittelmeer und ich habe ein sehr großes Faible für Katago und Hannibal und allem, was damit zu tun hat. Und das hatte mir dann schon mal gefallen, dass das eben nicht einfach nur eine Phönizische Amphore ist, sondern dass die Inschrift dann auf Katago hindeutet und so, das hat mir gefallen. Dann klar, was Römisches, was Sumerisches, hatte mich dann tatsächlich ein bisschen überrascht, weil das doch viel früher ist als die anderen Gegenstände, die hier genannt werden. Es wird ja auch gesagt, das sind die ersten, die in Keilschrift geschrieben haben und so weiter. Antikes Judäa und Isis-Statue passt dann natürlich auch wieder voll ins Bild. Also es ist ganz klar, dass man hier halt wirklich so ein, ich sage mal so ein Schaulaufen von Gegenständen präsentieren wollte, die so halbwegs repräsentativ für dieser ehemaligen, also in der Antike dort gelegenen Anrainerstaaten Ägyptens sind. Ja, und wir sehen dann auch gleich, wie die Schätze gebogen wurden und zwar mit einem Mini-U-Boot, was mit einem Schlauch den Meeressand wegblasen soll. Und das fand ich etwas fragwürdig, weil zum einen stellt sich ja die Frage, ob durch dieses Wegpusten nicht die Artefakte beschädigt werden, weil meistens haben wir ja auch Scherben und nicht in der Gänse erhaltene Artefakte, auch auf biologischer Ebene. Es gibt ja viele Kleinstlebewesen, Krustentiere, Würmer, die im Sand leben und die würden ja dann auch die Umweltbedingungen beschädigt. Also ich dachte, dass man in Unterwasserarchäologie doch etwas safter vorgeht. Ja, also grundsätzlich ist das, ich sage eben, ich bin kein Archäologe, aber das hat sich auch bis zu mir durchgesprochen. Nein, da hast du natürlich völlig recht, man muss natürlich ungeheuer vorsichtig bei sowas vorgehen, damit man eben nicht aus Versehen Sachen kaputt macht. Beziehungsweise es ist ja auch ganz wichtig, in welchen Schichten und in welchem Verhältnis zueinander man die Gegenstände findet. Und ja, da ist das wirklich ein bisschen rabiat vielleicht. Und wir haben dann auch die erste seltsame Szene. Wir sehen Commander Ford, wie er als Pilot das Medio baut, steuert und dann mit seinem Schlauch unter Wasser zu einem Gebäude zuschwimmt. Und das Gebäude wird natürlich sofort von Dr. Hassan als die Bibliothek von Alexandria identifiziert. Und wir haben unser Trope der Folge. Ja, also das muss ich sagen, das fand ich wirklich so ein bisschen erstaunlich, weil ich glaube, also die sehen ja da dieses Gebäude irgendwie. Beziehungsweise vorher sehen sie ja dann noch so eine recht gewaltige männliche Statue, die so eine Schriftrolle empor hält. Und die ist ja wirklich im Vergleich zu dem U-Boot wirklich, wirklich groß. Und der erste Gedanke, den ich da naheliegenderweise hatte, war halt der Koloss von Rodos. Na, aber eben natürlich nicht als Koloss von Rodos, sondern hier mit so einer Schriftrolle. Und dann sieht man ja dieses Gebäude, was man dann später noch ein bisschen besser sieht. Das sieht so ein bisschen aus, ich fand es so ein bisschen wie so ein Kuppelbau. So vielleicht wie die Hagia Sophia oder so. Und davor ein, sagen wir mal so ein kleines Tempelgebäude und eine Säule noch. Und was mich da total erstaunt hat, war, alle drei beteiligten Personen in der Szene, das ist ja der Captain, die, wie nennt man das in dem Fall, wissenschaftliche Offizierin. Wir sind jetzt wieder bei Star Trek drin. Und der Dr. Hassan, die kommen ja alle drei direkt auf die Idee, dass das die Bibliothek von Alexandria sei. Und da habe ich mich gefragt, Leute, woran erkennt ihr das denn jetzt? Daran, dass diese Statue eine Schriftrolle erzielt oder was? Das finde ich richtig erstaunlich. Er ist ja vorher auch schon ein bisschen erstaunlich, dass Bridger persönlich da offensichtlich mittaucht. Und wie Captain Picard. Also er scheint ein Tausendsasser zu sein und auch Ahnung von Archäologie zu haben. Genau, ja, die sind halt einfach sehr gebildet. Ich fand es auch, ja, also es gibt ja gar keinen Hinweis, wie das sein kann. Aber das scheint in der Zukunft des Jahres 2018 Allgemeinbildung zu sein. So erkennt man die Bibliothek von Alexandria. Ja, und dann gehen wir direkt in unseren Vorspann über. Also wir haben wieder den richtigen Vorspann. Und nach dem Vorspann treffen wir dann unsere Wissenschaftler gleich wieder. Und wir hören einen Vortrag zu der legendären, teilweise vernichteten Bibliothek von Alexandria. Und es wird auch gleich erzählt, dass sie damals aus mehreren Gebäuden bestanden und dass sie wahrscheinlich die Empfangshalle entdeckt haben. Ja, und es gibt dann auch direkt eine Theorie. Und zwar soll ein Erdbeben das gesamte Gebäude nicht zerstört haben, wie eigentlich angenommen, sondern durch eine kataklystische Einschmelzung und Treibsand. Und der Sand hat sich dann auch noch irgendwie verglast, ist das Ganze dann irgendwie unter das Meer gezogen worden, heil geblieben und dort dann entsprechend konsultiert. Das fand ich steil. Das klang alles sehr seltsam. Ich habe jetzt versucht zu googeln. Aber muss natürlich so. Ja, Google gab null Treffer. Dann habe ich einige Personen gefragt, die Geografie studiert haben. Die haben gesagt, davon haben sie noch nie was gehört. Also es sind jetzt keine Geologen, aber halten es auch für sehr unrealistisch. Aber dafür hatte ich lustige Treffer bei Erdbebensuche bei Google. Durch Menschen ausgelöste Erdbeben. Und so gibt es ja den modernen Mythos, dass letztes Jahr bei dem Konzert von Thrones in the Machine, wo es alle Fans zu dem Song Dock days are over gehüpft sind, dass es in Berlin ein kleines Erdbeben gab, wo Hobbyseismografen ermittelt haben wollen. Einer Ausschlag von 1,4, aber es wurde von einem Geophysiker vom Geoforschungszentrum Potsdam, Marco Bonhoff, widerlegt. Der hat gesagt, das war nur eine oberflächliche Erschütterung. Auch die Mackentute von 1,4 liegt unter dem Wahrnehmungsvermögen von den meisten Menschen für Erdbeben. Wo es aber durch Menschen verursachte Erdbeben gab, war in den Niederlanden. Dort wurde in den Gasfeldern rund um Kroningen jahrelang Erdgas gefördert. Und das wurde jetzt eingestellt, weil es sehr große Proteste aus der Bevölkerung gab, weil es seit 1963 immer wieder zu Schäden an Gebäuden gab durch die kleinen Erdbeben, die entstanden sind, als das Gas aus dem Boden geholt wurde und dann der Boden ungleichmäßig abgesenkt ist. Weil wenn man etwas weg holt, fehlt ja Wasser. Ja, das ist halt das, was wir schlucken müssen, damit die Story funktioniert, dass es in diesem versunkenen Gebäude einen trockenen Raum gibt. Da muss man halt mit leben. Ich dachte gerade eben noch, wenn man so ein Gebäude vor der Küste Alexandrias findet, wenn wir das jetzt mit der Schriftrolle in der Hand mal gerade ausklemmern, wäre mein erster Gedanke, oh Gott, das Grab Alexanders des Großen, das sucht man nämlich immer noch, das müsste da in der Gegend irgendwo gewesen sein. Also das nochmal gerade als Nachtrag dazu, dass das wirklich witzig ist, dass die da alle drei direkt die Bibliothek als Gedanke haben. Und spannend fand ich das, was Sabine gerade schon angesprochen hatte, dass Dr. Hassan dann so einen kleinen historischen Abriss bringt. Er sagt ja das mit denen, dass es unterschiedliche Gebäude gab und so, das wurde gerade schon gesagt. Und dann fand ich ganz interessant, er sagt ja, als 47 vor Christus Kleopatra am Nil regiert habe, sei der eroberungswütige Julius Cäsar gekommen, habe Alexandria belagert und die Bibliothek in Flammen gesetzt. Und dabei wird dann auch so ein Bild in so einer Art PowerPoint-Präsentation gezeigt, wo sich Cäsar und Kleopatra dann quasi so angucken, so fast schon so wie Gegner. Und dann erzählt er, dass die Bibliothek wieder aufgebaut wurde und dann für etwa 200 Jahre floriert habe. Dann habe 151 nach Christus dieses Erdbeben stattgefunden, von dem wir gerade gesprochen haben. Und die eigentliche Bibliothek sei aber für weitere eineinhalb Jahrhunderte dann intakt gewesen, bis sie dann durch seine Leute, also er ist ja Ägypter, also er meint dann wohl durch ägyptische Leute, im Rahmen eines Bürgerkrieges zerstört worden sei. Dann kommt dann natürlich dann noch so zu dem Fazit, alle anderen bedeutenden Entdeckungen, wie zum Beispiel Pompeji oder so, geben Einblick in eine bestimmte Kultur zu einer bestimmten Zeit. Hier gehe es aber eben um komprimierte Geschichte, um Weltgeschichte sozusagen, weil ja in der Folge eben, das haben wir ja eben quasi schon gesagt, davon ausgegangen wird, dass in dieser Bibliothek sich Gegenstände von sämtlichen Kulturen aus sämtlichen Zeiten befinden und so weiter. Was ich hier ganz erstaunlich fand, war, dass dieser geschichtliche Überblick von Dr. Hassan irgendwie so ein bisschen wackelig ist. Und er sagt ja da, als Kleopatra regierte, dann sei dieser eroberungswütige Cäsar gekommen und habe das dann da in Flammen gesetzt, als er Alexandria belagert hatte. Und also das war eigentlich so, dass Cäsar sich im Bürgerkrieg mit Pompejus befand. Pompejus war nach einer Niederlage nach Ägypten geflohen, nach Alexandria. Deshalb ist Cäsar hinterher. Und in Ägypten hat es zeitgleich Thronwirren gegeben, weil der Ptolemäus XII., der Vater von Kleopatra, der hatte verfügt, dass sein Reich nach seinem Tod eben an seine 18-jährige Tochter Kleopatra sowie an deren 10-jährigen Bruder Ptolemäus XIII. gehen sollte. Und Kleopatra hat dann versucht, ihren kleinen Bruder zu übergehen. Daraufhin hat der kleine Bruder Kleopatra absetzen lassen usw. Der Pompejus, den Cäsar eigentlich verfolgen wollte, der ist dann von den Ptolemäern ermordet worden. Dadurch hatte sich das Thema dann erledigt. Aber jedenfalls hatte Cäsar dann in diesem Kontext sich in diesen ägyptischen Erbstreit eingemischt, zugunsten von Kleopatra. Da lief ja später auch was. Die hatten ja einen gemeinsamen Sohn. Und in diesem Kontext hatte er halt das Palastviertel besetzt und ist da seinerseits belagert worden. Also nicht er hat dann Alexandria belagert, sondern er ist da belagert worden. Und das war auch eine ziemlich haarscharfe Sache, dass er da überhaupt wieder rausgekommen ist. Und in diesem Kontext hat er halt die alexandrinische Flotte anzünden lassen. Da sagt man halt, dass dabei dann die Bibliothek abgebrannt sei. Das wird aber heute eigentlich von niemandem mehr ernst genommen. Man geht halt höchstens davon aus, dass so ein kleines Teilgebäude dabei abgefackelt ist. Und das fand ich dann schon so recht erstaunlich. Also das muss ich sagen, das war mir dann so ein bisschen zu vereinfacht, dann irgendwie so gesagt. Und auch diese, also ich will jetzt hier keinen althistorischen Monolog halten, kann man vielleicht an späterer Stelle nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber auch die anderen historischen Sachen, die er da so aufzählt, das wackelt alles ganz erheblich, finde ich. Ja, ich hatte das Gefühl, wir nehmen die Leute, die man am meisten kennt. Ja, ja, genau. Also super versimpelt irgendwie. Oh, da oben was jetzt dazu. Es ist irgendwie passt. Genau, und Action. Und wir merken dann auch, die Siegwest ist nicht allein, weil auf einmal taugen Schiffe aus Italien, Griechenland und Syrien aus. Und alle Staaten wissen sofort, dass da Artefakte gefunden wurden und fordern jetzt die Artefakte für ihre Museen. Und da haben wir jetzt auch wieder Dr. Hassan, der dann fordert, ja, die Bibliothek darf nicht geplündert werden, wir müssen sie schützen. Und Russia versetzt das Boot dann sofort in Alarmbereitschaft und alle Waffen und Torpedos werden aktiviert. Ja, das fand ich spannend. Möchte ich mal kurz einhaken. Also, wir haben ja immer noch diese UEU. Wir haben jetzt zum ersten Mal auch so wirklich Nationalstaaten hier auf dem Tablett in dieser Folge. Das finde ich jetzt politisch interessant, denn offensichtlich hat die UEU irgendwie da was zu sagen, denn die aktivieren erst mal ihre Waffen. Das ist eine ziemlich offensive Aktion. Und mir ist nicht so klar und mir ist ehrlich gesagt bis zum Ende dieser Folge nicht so klar, wie da denn jetzt so das politische Gewicht ist und was die UEU anderen Staaten vielleicht zu sagen hat, wer wie abhängig und wer wie unabhängig ist. Aber erst mal scheint das so zu sein, dass irgendwie das Sehrecht auf Seiten der Seekwests ist, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon vorwegnehmen kann, aber es kommt da ja irgendwie auch eben zum Disput, dass diese ganzen unterschiedlichen Länder, unter anderem sind das ja eben Italien, Griechenland, Syrakus, also eine Stadt auf Sizilien, Libanon, Tunesien, Algerien und so weiter, eben da alle Ansprüche erheben. Und auch das fand ich wirklich ein bisschen problematisch. Also zum einen fand ich ein bisschen krass, wie diese Völker zum Teil dargestellt werden. Die versuchen ja alle irgendwie da was rauszuschlagen. Nur die Italiener, die Italiener, die wären zufrieden, wenn man ihnen wissenschaftlichen Zugang gewähren würde. Aber alle anderen wollen was rausschlagen. Die Griechen, beziehungsweise in diesem Fall ist es ja eine griechische Verhandlungspartnerin, so ganz klischeehaft, ja, wenn ihr hier Kohle springen lasst, dann ist das okay, dass ihr das behaltet. Die Israelis, da ist dieses Klischee noch schlimmer, wird das auch gesagt. Und dann hier besonders Libyen kommt ja sehr, sehr schlecht weg. Ich weiß jetzt nicht, wie damals die Beziehungen zu Libyen waren, waren wahrscheinlich nicht so gut und so. Und das fand ich alles, da war Gaddafi, auf jeden Fall. Und das fand ich dann schon, also wie dann die Sea Quest, dann, ja, also ich überspitze es jetzt mal so ein bisschen. Da kommt halt so, ja, der weiße Mann aus Amerika und bringt da halt Ordnung in den Laden und zeigt diesen Leuten, wie das läuft und wie das gemacht werden muss und so. Das fand ich schon so ein bisschen, also ja, wenn ich es höflich sagen würde, würde ich sagen, ein bisschen kolonialistisch noch so irgendwie von der Wahrnehmung. Oder man könnte es, wenn man böse wäre, vielleicht auch ein bisschen als rassistisch bezeichnen, so von der Tendenz her. Also das hat mir so ein bisschen quer im Magen gelegen, zumal das ja ganz auch problematisch ist, also als ob, wenn man da sowas findet, dann da sämtliche Nationen mit ihren Kriegsschiffen ankämen. Also wir haben diese Diskussion heute ja berechtigterweise immer, wenn deutsche, britische, italienische, französische Archäologinnen, Archäologen, Reisende, damals halt in Ägypten im Nahen Osten und so unterwegs waren und sich da unter den Nagel gerissen hatten, was sie unter den Nagel reißen konnten und das alles mit in ihre Heimatländer gebracht haben. Dann ist das ja heutzutage wirklich eine ganz klare Sache, dass man das damals natürlich unter sehr dubiosen Umständen sich besorgt hat und natürlich das zurückgegeben werden sollte oder man sich da in irgendeiner Weise drüber einigen müsste. Das ist ja eine ganz klare Sache. Aber hier wird ja nun eben die Bibliothek in Alexandrien gefunden, die ja nun ganz klar eine alexandrinische Geschichte ist. Und da fand ich das dann auch zu übertrieben, wie das dann dargestellt wird, zumal da dieser klassische Fehler gemacht hat, man darf doch antike Staaten nicht mit modernen Nationalstaaten gleichsetzen. Also Kartago war ja zum Beispiel eben eine phönizische Kolonie auf dem Gebiet des heutigen Tunesiens. Gut, da hat es dann noch Siedlungen dazugegeben und so, aber ansonsten haben da ja andere Leute gewohnt und so weiter. Und also wenn dann die Tunesier zum Beispiel sagen, ja, unsere Vorfahren haben das geschaffen. Die Libyer sagen das ja genauso. Das kann man ja nicht so machen. Also da dreht sich ja jedem Althistoriker oder jeder Althistoriker alles um, wenn man einfach so davon ausgeht, dass die Staaten, die da heute sind, dass das die Nachfahren der Leute sind, die da eben vor 2.000, 3.000 Jahren gelebt haben und so. Also ich will das jetzt nicht noch mehr vertiefen, aber das fand ich alles krass problematisch irgendwie. Ja, und nicht nur die Kriegsschiffe sind ein Problem, was Pritscher jetzt hat, sondern da kommt auch noch ein Anruf von Admiral Neuss, weil die Information, dass die SeaQuest auf dem Weg nach Alexandria ist, wurde geleakt und er vermutet jetzt ein Datenleck an Bord der SeaQuest, dass irgendeiner von der Besatzung oder von dem Wissenschaftsteam Informationen nach außen verkauft. Und Ägypten ruft dann auch gleich eine internationale Konferenz mit den Staaten ein und da wird Pritscher außer Korn als Vermittler zu dienen und der nimmt da nur sehr widerwillig an. Also so sagt er dann zu Admiral Neuss, ich eigne mich eher als Zahnarzt als als Vermittler. Und Neuss sagt, ja, alles kein Problem, wir geben dir ein sehr begabtes Spezialteam zur Unterstützung der Verhandlung. Und das Spezialteam besteht dann aus diplomierten Parapsychologen und davon ist Pritscher gar nicht begeistert. Und Parapsychologen scheinen ein Ding zu sein, denn jetzt kommt so eine kurze Szene, die sich auch so einreiht in schräge Szenen in SeaQuest. Da steht ein Crewman im Gang, summt und haut sich mit beiden Handflächen auf die Ohren. Und dann kommt Crocker vorbei und fragt den Crewman, was ist denn mit dir los? Und der Crewman möchte offensichtlich durch diese Aktion verhindern, dass die demnächst ankommenden Parapsychologen seine Gedanken lesen können. Also auch an Bord scheint Starleaks zu geben, dass sich das direkt mal umgesprochen hat. Aber sehr schräge Szene, also ganz, ganz seltsam. Ja gut, war der Kommentar vom Crocker, der sagt dann, wo nichts ist, kann man nichts lesen. Ja, war ein schöner Gang, auf jeden Fall. Und als wäre das jetzt nicht die seltsamste Szene überhaupt schon gewesen, kommt direkt im Anschluss eine Szene, über die möchte ich ein wenig sprechen. Denn wir sehen jetzt, ja, Hancock, die im Badeanzug durchs Wasser schwimmt. Man sieht jetzt nicht, wo das Wasser genau ist. Das ist irgendwie unter Wasser und sie zieht da ihre Bahn und hinterher schwirrt Lukas. Und ja, das ist so eine Traumsequenz. Und dann wacht Lukas schweißgebadet aus. Und ja, er scheint einen kleinen erotischen Traum gehabt zu haben, der hier völlig unvermittelt auf einmal in die Geschichtsszenerie, die wir bislang hatten, reinplatzt. Und wie fandet ihr das? Also ich glaube, das ist eine der berühmtesten Szenen in Sequest, wo sich alle daran erinnern. Ich glaube, die vor allem in dem Alter Teenager war unmännlich. Also ich muss sagen, in dem Moment, wo ich die gesehen habe, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie seltsam ich die fand. Aber weil das später von noch was viel seltsamerem noch getoppt wird, fand ich sie dann im Verhältnis eigentlich schon gar nicht mehr so strange, weil die Dat-Szene danach viel, viel creepiger ist. Irgendwie, aber ja gut, ungewöhnlich auf jeden Fall. Ja, also ich fand es auch jetzt rückblickend ungewöhnlich. Ja, ich war auch mal so ein männlicher Hetero-Teenager und ich habe auch Fantasien gehabt damals, definitiv. Aber die waren nicht so züchtig. Also wie ist das so komisch? Also es ist einerseits, soll uns hier so eine Erotik aufgebaut werden. Aber ja, natürlich dem Format und der Geschichte, dass das so eine familienkompatible Serie sein soll, ist das halt natürlich total prüde eigentlich. Also die haben beide Watt an und schwimmen da rum. Und das macht diese ganze Szene, ja, es gibt dieses schöne Wort Cringe. Und ich weiß nicht, ich musste lachen, als ich das gesehen habe. Es war ja auch so ein Mittel der Zeit. Also nicht umsonst hat man ja Seren of Nine in den Catsuit gesteckt. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, ich war damals 15, als ich diese Folge gesehen habe. Und so züchtig, wie das halt ist, damit es familientauglich war, für mich als 15-Jährigen hat das völlig gereicht, so wie das war. Da war ich, also da war ich, glaube ich, die richtige Zielgruppe damals. So definitiv. Also ich glaube, ich hätte mir mindestens ein Bikini gewünscht. Vielleicht wollte das die Schauspielerin nicht. Die hat gesagt, Badeanzug und nicht weiter. Kann ich gut verstehen. Also aus Sotik-Perspektive, ja, ich finde es kurios. Eine kurze Wissensfrage gerade an euch, weil ich mir jetzt speziell diese Folge für heute angeschaut habe. In den ein, beziehungsweise, Quatsch, in den zwei, beziehungsweise drei Episoden vorher, wird das da schon angedeutet, dass er Interesse an ihr hat? Oder wird das jetzt in dieser Erzählung neu reingebracht? Das kommt aus dem Nichts. Das kommt aus dem Nichts und auch mit richtig Gewalt, also richtig so rum. Also es wäre auch schlimm, wenn sich da jetzt, also der Junge ist 15, sie ist da gestanden, Offizier. Ja, also was ich meine ist, er ist ja nachher schon, also er wird ja schon krass gezeigt, wie er eben Interesse an ihr zeigt. Das ist ja wirklich schon ziemlich heftig, wie das gezeigt wird. Und deshalb hatte mich das jetzt interessiert. Fängt das irgendwie harmlos an und steigert sich dann? Weil so ist das ja wirklich von 0 auf 100 irgendwie. Das ist schon krass. Ja, jetzt wird es jugendfreier. Jetzt trifft nämlich das angekündigte Spezialteam ein. Und da haben wir einmal Dimitri Rossovic, gemeinsam mit seiner Tochter Savannah Dimitri Rossovic, gespielt von oben erwähnten Turn Bay. Und dann ist noch ein dritter dabei, Luis Jacobi. Und die werden jetzt durch Schiffgefühl treffen, kurz auf Darwin und laufen dann durch den Kraftraum, also durch den Raum, wo man trainieren kann. Lukas ist da am Trainieren und Hitchcock trainiert auch. Und es laufen auch Leute rum und Lukas scheint sich wieder für die schwitzende Hitchcock zu interessieren. Jedenfalls legt das die Kameraführung und auch ein bisschen die Blicke so ein bisschen nahe. Und offenbar kann Savannah, die eine von den Parapsychologen, die Gedanken lesen. Und sie spricht auch jetzt einfach mal laut aus. Oh, der stellt sich die Hitchcock gerade nackt. War sie schon bei der krassen Szene, also die ich krass fand, hätten wir jetzt gar nicht so den Spannungsbogen aufbauen müssen. Aber also das ist tatsächlich die Szene, die Hitchcock im Gymnastikraum oder im Fitnessstudio da. Das ist die Szene, die mir persönlich total präsent geblieben ist, wenn ich zurückdenke an Seacrest. Also das habe ich viel deutlicher in Erinnerung als diese Schwimmszene von vorher. Also das hatte mich dann wiederum als 15-Jährigen sehr, sehr angesprochen, diese Darstellung. Aber was ich jetzt aus heutiger Sicht unglaublich krass finde, ist wie hammer creepy man den Jonathan Brandes da quasi diese Frau angucken lässt. Das fand ich, das fand ich, ich weiß nicht, wie ich das damals wahrgenommen habe. Damals habe ich mehr auf die Frau geachtet, dann nehme ich an. Aber das ist schon krass, fand ich. Also das ist das, was ich eben meinte. Das fand ich wirklich creepy, wie der die anguckt. Ja, das widerspricht auch so ein bisschen seinem Charakter. Ja, also eigentlich ist er so ein neugieriger Junge, total sympathisch und von mir aus keine Idee. Ja. Das ist ja völlig in Ordnung, aber das hat schon wirklich, ja, creepy sagst du. Und das stimmt auch. Also das passt auch irgendwie gar nicht auf den Charakter drauf, finde ich. Ja. Ja, und dann natürlich auch noch die Tatsache, dass Savannah das einfach sagt. Das ist ja auch irgendwie, setzt dem Ganzen so ein bisschen die Krone auf. Oh ja, ich habe hier gerade in den Gedanken gelesen, der denkt, die ist gerade nackt. Und da folgt ja später nochmal eine Szene. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, in welchem Kontext. Da sind die nochmal alle drei zusammen. Hitchcock, er und die Savannah. Und da merkt die Savannah wieder was. Und ich meine, also wir fremdschämen uns ja jetzt gerade alle so ein bisschen. Und die schmunzelt da so total verständnisvoll über ihn so irgendwie. Das fand ich dann auch ein bisschen komisch. Ja, was ich noch seltsam fand, war das Layout. Also wenn man zur Offiziersmesse möchte, also um was zu essen, muss man immer erst durch den Kraftraum durch, durch das Gym. Aber dann verlassen wir das U-Boot und sind wieder unter Wasseraufnahmen und sehen, wie die Whiskas wieder um die große Statue und die Kuppelhalle fliegen. Und die Whiskas entdecken jetzt eine Luftblase in der Kuppelhalle. Also, dass man davon ausgehen kann, dass da noch was erhalten ist. Und gleichzeitig hören wir von Ted Remy, dass weitere Schiffe auf der Oberfläche angekommen sind. So jetzt auch Algeria und Libia. Und auch hier wieder ganz interessant. Die SeaQuest weist jetzt die Schiffe per Funk darauf hin, dass das Ankern in dieser Zone verboten ist. Und das ist auch wieder so ein Ding für mich, so vom Worldbuilding her. Okay, offensichtlich haben die die Befugnis, auch im Mittelmeer anderen Schiffen das Ankern zu verbieten oder so. Also, ich spüre immer noch so ein bisschen nach, diese UEU, ist das jetzt mehr so eine Art UNO oder ist das schon eine staatliche, überstaatliche Organisation, die ein bisschen mehr Macht hat? Und hier scheint mir das so dargestellt zu sein, als hätten die da vor Ort auch das Recht, sowas zu tun. Fand ich ganz spannend. Also, mache ich wieder so einen Haken auf meiner Liste. Wie funktioniert eigentlich diese UEU? Was dürfen die? Und wer hat da was zu sagen? Sie scheinen formal den nationalen Staaten vorgesetzt. Das ist so mein Eindruck. Ja, und wir sehen dann das Briefing von Pritcher mit dem Spezialteam. Und sie stellt sich eher vor, als Empathen, also die Gefühle lesen können, als jetzt Telepathen, die direkt Gedanken lesen können. Aber sie sprechen auch davon, dass es einen C-Faktor gibt mit übersinnlichen Fähigkeiten. Und dann gibt es den nächsten Cringe-Moment, weil die Tochter, Savannah, flirtet unterbrochen mit Pritcher. Aber Pritcher lässt sie einfach gekonproutiniert abblitzen. Und dieses Anbackern fand ich dann auch schon etwas prüber. Zumal sie sich ja gerade erst kennengelernt haben, ja. Die ganze Zeit, die passen nicht gut zusammen. Hängt das nicht mit der Mission auch zusammen? Oder meint ihr, das ist unabhängig davon? Es kann natürlich sein, dass sie sich einfach an ihn ranschmeißen muss, sozusagen, in Anführungsstrichen. Ja, ne, also, ja, irgendwie, weil das könnte sein, ich weiß es jetzt nicht. Ja, ja, das kann wirklich sein, ne. Was ich noch ganz interessant fand, sie erklärt jetzt hier wortreich, dass sie nicht Gedanken lesen können. Vorhin im Fitnessstudio konnte sie bedanken. Oh ja, guter Punkt. Hat das auch öffnet. Das ist, ja, tagesbauerabhängig. So, jetzt gibt es aber wieder Wissenschaft, und zwar echte Wissenschaft. Ford und Westfalen erkunden die Luftblase, die man ja jetzt gefunden hat. Die tauchen also mit Taucheranzügen in diese Kuppel offensichtlich. Schöne Szenerie, wie ich fand. Also, da ist es dunkel und schattig und Licht flackert so ein bisschen. Und Ford war ja eben schon total begeistert in seinem Shuttleboot. Und jetzt ist er noch mal so richtig begeistert. Ja, du sagst schönes, du sagst schöne Szenerie. Ich habe die Krise bekommen, weil ich versucht habe zu erkennen, was da steht. Und das habe ich durch dieses Dunkle halt so gut wie nicht gemacht. Aber das haben die natürlich absichtlich gemacht. Dadurch wirkt das natürlich sehr stimmungsvoll und atmosphärisch. Und es erschwert halt natürlich genau zu definieren, was man da tatsächlich sieht. So zwei, drei Sachen konnte man aber dennoch erkennen. Ganz spannend fand ich so im Hintergrund links. Da steht so eine ganz klassische Artemis-Statue, wie sie mit einer Hand in den Köcher greift. Und die andere Hand ist normalerweise so auf dem Kopf eines Tieres, zum Beispiel eines Rehes, gelegen. Und hier hat man das Tier weggelassen. Aber fand ich ganz spannend, die Statue ist spiegelverkehrt. Also normalerweise, habe ich jetzt wirklich nochmal recherchiert, normalerweise greift Artemis immer mit dem rechten Arm nach einem Pfeil in ihrem Köcher, um den dann eben im Bogen einzulegen. Und hier hat man das aus irgendeinem Grund spiegelverkehrt gemacht. Da ist das eben die linke Hand und das Tier hat man weggelassen. Eine andere Statue ist so vom Stil her, würde ich sagen, das muss ein römischer Kaiser sein, ist aber leider halt tatsächlich zu dunkel, um was zu sagen. Dann haben wir dann halt so alles Mögliche an Amphoren und so, in denen sich die Schriftrollen befinden. Das war übrigens tatsächlich so, dass sich die Schriftrollen in so Behältern befanden, eben zu ihrem Schutz. Dann liegt da noch so eine ägyptische Totenmaske rum, wie wir sie so zum Beispiel von Tudej Amun vielleicht am besten im Kopf haben. Und ja, das waren dann die Dinge, die ich erkennen konnte, nachdem ich tausendmal vor- und zurückgespult habe und versucht habe, so viel rauszuholen, wie ging. Aber wegen der Beleuchtung war das wirklich schwierig dann. Ah, und dann ist noch, nachher sieht man noch eine Statue etwas besser. Das ist eine Frauenstatue mit einer Harfe in der Hand. Da habe ich auch ewig lang überlegt, wer das denn sein soll und habe sogar noch eine befreundete Archäologin kontaktiert. Und wir glauben, das soll so sinnbildlich für die Musen, für eine Muse stehen, weil die Musen ja eben eine besondere Bedeutung für die Bibliothek haben, die ja zum Museion gehörte. Ich denke mal, das war eine Anspielung. Also ich glaube, diese Statuen, die sind immer so eine Mischung aus wirklich Antik inspiriert und dann so ein bisschen eigene Gestaltungsfreiheit. Und in der nächsten Szene werden wir dann den nächsten Hauptcharakter von Sigris kennen. Natürlich kommt Darwin angesprungen und Pritcher stellt jetzt erst mal Savannah Darwin vor. Und dann kommt auch Lukas und er will erst mal tricksen und dass er zum Ausgrabungsteam mit darf. Und da merkt man auch gleich wieder die Ersatzvaterrolle, die Pritcher für Lukas einnimmt, der dann zu ihm sagt, na frag doch richtig, ja, vielleicht sagt jemand ja. Und dann fragt er, darf ich mit zu Team und dann sagt Pritcher, ja, du kannst mit. Also gleich noch eine Erziehungsmaßnahme, ja, lüge mich nicht an, sei ehrlich mit mir. Ich hatte das überhaupt nicht mehr im Kopf, diese Beziehung, also ich habe das ja auch schon 30 Jahre nicht mehr gesehen. Und wie die diese Beziehung darstellen zwischen diesen beiden Charakteren und wie gut die auch miteinander spielen und wie respektvoll die miteinander umgehen im Charakter, das finde ich ganz toll. Also das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf und das ist mir jetzt in den letzten Folgen auch schon aufgefallen. Also das wäre ich für die damalige Zeit, finde ich eine außergewöhnliche Darstellung so zwischen, ja, Vater, Sohn, Mentor, Mentee, wie auch immer. Ja, und jetzt gibt es Konferenz in Ägypten, wo jetzt alle Anrainerstaaten einen Repräsentanten oder eine Repräsentantin geschickt haben. Und wir hatten ja eben schon davon gesprochen, Michael, du hattest es schon betont, da kommen jetzt aus jedem Land. Das ist eine gute Beschreibung, ja. Karikaturen dieses Landes und sitzen, ja, ist einfach so und sitzen da um so einen Konferenztisch. Gerade in Libyen tut sich jetzt hervor, also Eric Avary spielt den Libyer Mr. Koss. Die bringen da halt den Konflikt rein, wollen alles für sich, haben Angst, dass die anderen ihnen alles wegnehmen. Und ja, es ist wirklich, also die Leute benehmen sich nicht nur wie Karikaturen, die sehen auch so aus. Ja, genau. Wie stellt man die Ski-Araber da? Man zieht ihm dann so eine Tourbahn auf und am Anfang rennen Kamele da auch noch rum. Und es kommt diese Oriental-Ski-Klischee-Musik, als die Szene eingeführt wird. Und also das Ganze auf fünf Ebenen heute so nicht mehr drehen und fand ich auch zum Fremdschämen tatsächlich. Also das sind so, also es gibt ja so Trash-Elemente, wenn man Sachen von früher sieht, über die man ernsthaft lachen kann. Und da musste ich mich auch wirklich Fremdschämen, als ich das gesehen habe. Und dass man das einfach so stumpf so dargestellt hat, das fand ich ganz, ganz furchtbar. Ich fand den Ort der Konferenz spannend, ja, weil das war ja am Strand. Und wenn ich auf wissenschaftlichen Konferenzen war, ich war immer in irgendwelchen Hallen, Messerhallen oder Hotels, meist in einem fensterlosen Raum. Ich glaube, das ist ein Ding. Also die haben das mit dem Strand, das hatten wir in der letzten Folge auch schon, dass die halt auch wirklich so Strandaufnahmen drin haben wollten. Das kann ich mir nicht anders erklären, weil natürlich macht es überhaupt keinen Sinn, das so zu machen. Und jede andere Produktion hätte das in einem Studio gedreht. Selbst wenn es am Strand hätte spielen sollen, aber die haben sich wirklich anstrengend gestellt. Und Breacher sagt ja auch, er möchte es gerne informell halten, das ganze Treffen. Das passt ja dann auch, so ein relaxtes Strandsetting. Mir ist gerade nochmal vielleicht ein ganz guter Vergleich eingefallen. Für das, was ich da eben so ein bisschen kritisiert habe, dass ich das irgendwie so ein bisschen fragwürdig finde, wenn man die Bibliothek von Alexandrien beziehungsweise ein Teilgebäude davon ausgräbt, dass dann sämtliche Nationen ankommen, deren, also die da irgendwie in Bezug zu den Gegenständen haben, die da gefunden werden. Das wäre so ein bisschen wie wenn man Pompeji ausgräbt und man findet dann in Pompeji in einem Haus ein germanisches Schwert. Dann kommt doch nicht der deutsche Bundeskanzler auf die Idee, da anzurufen, um das germanische Schwert zurückzufordern. Also ich finde, das ist wirklich absurd. Das ist wirklich absurd. Also um das nochmal klar zu machen, wenn es jetzt darum geht, dass im 18. 19. Jahrhundert Deutsche, Engländer, Franzosen etc. da irgendwo was geklaut haben. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Dann muss das zurückgegeben werden. Aber so finde ich das wirklich ganz, ganz albern. Also nur nochmal zur Verdeutlichung. Wir sehen dann auch eine Szene, wie das Spezialteam dann die unterschiedlichen Resentanten der Länder liest. Ja, eine sehr, sehr seltsame Szene, muss ich sagen. Irgendjemand ist hier heiß. Der Marokkaner ist frisch verheiratet. Soviel zum Thema, wir können keine Gedanken lesen. Ja, 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 aber auch ganz schlimm, ja. Ja, und Pritscher hat dann den ersten Kompromiss, weil er schlägt eine Wanderausstellung vor. Und ein internationales Ausgabungsteam, sodass jedes Land einmal die Ausstellung zeigen kann. Und das ist nicht nur einem Land allein gehört. Aber wir sehen dann gleich wieder, dass Libyen keine Kompromisse will, sondern die Artefakte sollen aufgeteilt werden nach dem Ursprungsland. Und Libyen lässt auch nicht mit sich reden. So ein richtiges Motiv kann ich da bei Libyen auch nicht ausmachen. Ja, das sind so die Bad Guys. Also, dass sie irgendwie Krawall machen wollen. Aber auch einfach so aus sich heraus. Ja, soviel zu dieser Konferenz. Jetzt sind wir wieder an Bord. Und Dimitri und seine Doktor Savanna, die sprechen jetzt miteinander und jetzt stellt sich im Gespräch raus, das Spezialteam hat eigentlich eine andere Mission. Die haben die Verhandlungen offensichtlich absichtlich platzen lassen. Die haben was anderes vor. Und jetzt soll sich Savanna Zugang zu Bridgers Gedanken verschaffen. Und das macht sie auch. Und jetzt gibt es halt auch so eine Szene, die uns über die Darstellung, über die Kameraführung und so weiter klar macht. Jetzt versucht sie da in Bridgers Kopf einzudringen. Also, über Ferne, sie geht nicht direkt zu mir hin, sondern versucht das so mit ihren Psy-Kräften. Er bemerkt das, steht auf und stellt sie zur Rede. So, warum machst du das? Also, offensichtlich ist Bridger auch in der Lage, sofort festzustellen, dass da jemand in seinen Geist eindringen wollte. Also, das muss man ja auch erstmal irgendwie hinkriegen. Er kann das offensichtlich und jetzt gehen sie zusammen zu Dimitri, um sich mal so richtig auszusprechen. Ja, und es kommt dabei raus, dass das Team nicht nur Bridger gescannt hat, sondern die gesamte Mannschaft, weil sie nach Datenlecks suchen. Aber sie konnten bisher keinen Verdächtigen finden. Und da ist natürlich Bridger sofort total sauer und will sie auch gleich an Bord schmeißen. Und da sagt dann auch Dimitri, also mein Auftragsgeber, befindet sich weit über Admiral Neuss und muss noch jemand höher in der UEO ihn beauftragt haben. Und sie gehen erstmal im Streit auseinander. Aber in der nächsten Szene kommt dann wieder Savannah und möchte sich dann für ihren Vater entschuldigen und ist natürlich auch sehr gespannt auf die Bibliothek und will dann auch mit dem nächsten Team zur Bibliothek tauchen. Ja, und da kommt sie natürlich nicht ganz normal, sondern auch gleich direkt mit Badeanzug und Handtuch. Ja, und sie erzählt jetzt aber auch noch eine sehr röselige Geschichte. Also einerseits möchte sie Bridger halt überreden, dass sie mit darf. Und andererseits erzählt sie, wie sie selbst sozusagen in dieses Psy-Geschäft reingeraten ist. Sie wurde als Kind herangezogen. Und dieses Herangezogen, das klingt so, wie sie es erzählt, fast wie so eine Entführung von offizieller Seite und hat dann bei der Aufklärung eines Verbrechens, also wenn ich mich richtig erinnere, war das auch so ein Mord an einem anderen Kind oder wie auch so, hat sie dann geholfen. Also sie hat das entsprechend irgendwie mit aufgeklärt mit ihren Psy-Kräften. Und seitdem ist sie da jetzt in dieser Psy-Sache mit drin. Also ich nehme an, dass das irgendwie über ihren Vater gelaufen ist oder wie auch immer. Das wird ja nicht so ganz klar. Aber ja, das ist natürlich eine sehr röselige Geschichte, wie sie da damals gelitten hat. Und auch das beeinflusst Bridger dann in seiner Entscheidung. Sie darf halt auch mit in die Bibliothek. Also alle dürfen da mit rein, wenn sie nur nicht fragen. Und ja, dann geht es auch los. Die tauchen alle den Tauchanzüge an, tauchen in diese Bibliothek und wir springen in diese Bibliothek. Und das sind auch alle. Und die sind natürlich auch nasser, nasser Haare, was ich fasziniert fand. Die haben ihre Hemden mitgenommen. Und sie tragen jetzt in dieser Unterwasserluftblase Bridger trägt so ein Hemd und Savannah so eine Bluse. Und Lukas Strecht ein T-Shirt. Finde ich gut, dass die da extra trockene Sachen mit reingenommen haben. Anders als Ford zum Beispiel vorher. Ja, aber jetzt ist die Bibliothek nicht mehr so dunkel und schattig. Und da muss ich sagen, jetzt habe ich auch was gesehen. Und ich fand das ein ziemlich geiles Set. Also ich kann Michael vielleicht auch was sagen gleich, wie realistisch das alles am Ende aussieht. Aber super aufwendig. Die haben da ordentlich was reingestellt. Ich weiß nicht, wie viele Requisiten, Regale, die dafür leergeräumt haben. Ja, also das, was ich eben gesagt habe, das, was ich da an Statuen gesehen habe etc., das kommt zum Teil aus dieser Szene jetzt auch. Ja, also das genau, genau. Also ich habe dann versucht zu gucken, woran haben sie sich inspirieren lassen und so weiter. Naja, erfüllt natürlich voll seinen Zweck. Es ist gut gemacht, atmosphärisch. Und das kommt gut drüber, ja. Und Sie finden jetzt auch weitere Schätzungs. So entdeckt Lukas angeblich eine Schriftrolle von Homer, wo Sie dann auch spekulieren, ist es die Ilya, ist es die Odyssee. Das fand ich dann ein bisschen weit hergeholt, ja. Vor allem woran erkennt der ja gleich, dass es Homer ist. Ja, also die Szene fand ich auch in vielerlei Hinsicht eben auch so ein bisschen komisch. Zuerst habe ich mich nämlich auch gewundert, warum darf der junge Mann da einfach so da irgendwelche am Foren öffnen und Schriftrollen rausholen und so weiter. Ja, das muss man doch alles, das müssen doch Fachleute machen und so. Und dann sagt er aber, glaube ich, in einem Nebensatz stellt sich dann raus, dass, glaube ich, Dr. Hassan das vor ihm schon geöffnet und bestimmt hat. Und dann sagt er ja, dass das griechisch ist und dass das Homer sei. Bridger fragt dann ja, ist das die Ilyas oder die Odyssee? Das ist dann, wird nicht beantwortet. Das ist dann, glaube ich, nochmal so für die Zuschauerschaft, um nochmal zu verdeutlichen, wer war nochmal Homer so. Und jedenfalls wird dann so in den Raum gestellt, dass das Homers Handschrift sein könnte, dass das also eine Erstausgabe sei. Jetzt hast du natürlich recht, erstmal das mit dem Schreibtyp, also mit dem Stoff, auf dem man schreibt. Das ist natürlich schon mal so eine Sache, weil Papyrus natürlich erstmal eher in Ägypten zu verorten ist, während man in anderen Teilen der Welt natürlich auch auf Pergament, vorher auf Stein, auf Wachstafeln und allem Möglichen geschrieben hat. Da gibt es ganz verschiedene Materialien, wobei Papyrus relativ teuer ist. Was ich ganz witzig fand war, ich habe mir überlegt, woran wird man jetzt erkennen, dass das eine Originalausgabe von Homer wäre? Dann habe ich überlegt, man kann so ein bisschen bei Inschriften zumindest, also bei in Steinen geschlagene Texte, da kann man anhand der Buchstabenform, kann man mittlerweile sagen, aus welcher Zeit ein Text kommt. Wenn man weiß, aus welcher Region er stammt und wie der Buchstabe geformt ist, dann kann man ungefähr sagen, aus welcher Zeit er kommt. Das kann natürlich bei Handschriften, können Experten das wahrscheinlich auch, weil sich Buchstaben formen oder überhaupt die Buchstaben als solche im Laufe der Zeit halt immer so ein bisschen ändern, ist das so eine Datierungsmöglichkeit. Das Problem hier ist natürlich ein Grundsätzliches, wir wissen ja gar nicht, ob es Homer wirklich gegeben hat und wir wissen auch nicht, ob er Ilias und Odyssee aufgeschrieben hat. Wir wissen gar nicht, ob beide Werke von derselben Person überhaupt geschrieben worden sind. Darum sagt man normalerweise immer, der Autor der Ilias oder der Autor der Odyssee, eben einfach, weil wir keine Ahnung haben, wer das geschrieben hat. Man glaubt halt seit der Antike, das wäre halt jener Homer gewesen. Ob der das wirklich war, das ist eine ganz, ganz andere Frage. Insofern wäre das natürlich eine krasse wissenschaftliche Sensation, wenn man ein Schriftzeugnis finden würde, das nachweislich von einem Homer persönlich unterzeichnet worden wäre oder sowas. Also das wäre schon extrem krass, aber so funktioniert das halt nicht. Also diese Storys von Ilias und Odyssee, die basieren eben auf älteren Erzählungen, die lange mündlich tradiert wurden und dann ist auch umstritten, wann die überhaupt aufgeschrieben worden sind. Entweder sind die im 8. oder im 7. oder vielleicht sogar erst im 6. Jahrhundert vor Christus aufgeschrieben worden. Und die Publikation, die erfolgte natürlich über Abschriften und dadurch gab es dann auch relativ bald schon verschiedene Versionen der Texte, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man die Texte vielleicht regional immer so ein bisschen angepasst hat. Und deshalb gab es dann auch irgendwann Bemühungen, überhaupt mal wieder einen Einheitstext herzustellen und so weiter. Wobei natürlich auch eine Sache ist, hat der ursprüngliche Autor, hat der den Text überhaupt mit der Hand geschrieben oder hat der da einen Schreiber oder zehn Schreiber sitzen gehabt und das vorgetragen und aufschreiben lassen? Also das ist mit ganz, ganz vielen Problemen verbunden, die letztlich dazu führen, dass eine Handschrift von Homer aus zahlreichen Gründen ziemlich unwahrscheinlich wäre. Ja, aber ja, es geht ja hier nicht um Wissenschaft, es geht ja hier drum, im Rahmen einer Fantastik-Story, ja, was Cooles zu erzählen, was Cooles darzustellen. Und dem Publikum suggeriert das hier natürlich, boah, in der Bibliothek von Alexandria, da gibt es sogar die Originalabschrift von Ilias oder, äh, das Original von Ilias oder Odyssee. Und jetzt habe ich ja die ganze Zeit das nur auseinandergenommen, jetzt muss ich aber mal kurz die Kurve kriegen. Witzigerweise haben die Wissenschaftler, die in der Bibliothek von Alexandria, beziehungsweise im Museon, zu dem die gehörte, gearbeitet haben, die haben quasi so die kritische Philologie erfunden. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass es zum Beispiel von Odyssee und Ilias irgendwann zahlreiche Versionen gab und dann haben die sich halt die unterschiedlichen Texte angeschaut und als textkritisch eine anzunehmende Ursprungsversion wieder rekonstruiert und so weiter. Das heißt, die haben da wissenschaftlich schon ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Und dementsprechend waren die natürlich auch erpicht. Der Anspruch der Bibliothek war ja, man wollte alles, was die griechische Literatur so zu bieten hat, wollte man ja zur Verfügung stellen. Und darum hat man sich halt dann noch überall wichtige Unterlagen ausgeliehen, um die dann halt abzuschreiben. Und dann gibt es eben tatsächlich diese Story, also diese Anekdote zum einen, dass die Ptolemäer, also dieses Königsgeschlecht, das damals ja über diese Stadt herrschte, über Ägypten und Alexandria herrschte, dass die jedes Schiff, das im Hafen angelegt hätte, die hätten jedes Schiff durchsuchen lassen, um zu gucken, ob die nicht zufällig ein tolles Buch dabei hätten, also eine tolle Schriftrolle dabei hätten. Und die haben sich zum Beispiel angeblich jetzt, na, das sind immer so Storys, das heißt nicht, dass das wirklich passiert ist, die haben angeblich in Athen nachgefragt, ob sie nicht die Originalversionen oder die Standardversionen, die Staatsversionen der großen griechischen Tragödien mal ausgeliehen haben können, haben sich die dann ausgeliehen und haben die dann nie zurückgegeben angeblich, sondern haben denen nur die Kopien dann, die sie gemacht haben, zurückgegeben. Also es gibt schon so diese Storys, dass man in der Bibliothek von Alexandria scharf auf Originalausgaben war, so in gewisser Weise. Ich weiß jetzt nicht, ob die Macherinnen und Macher der Serie das wussten, aber so gesehen ist das schon ein netter Gag dann, das passt dann schon ganz schön. Ja, man muss die Leute ja auch irgendwie abholen, also Romer kennt man gerade noch und da muss man den auch droppen. Ja, genau, das ist alles voll okay und das hängt ja schlicht und einfach damit zusammen, wir haben ja normalerweise, haben wir ja von den meisten literarischen Werken der Antike, haben wir ja mittelalterliche Abschriften nur so. Also ich nehme jetzt zum Beispiel mal Cäsars Gallischen Krieg, den hat Cäsar ja also ja auf jeden Fall vor 44 vor Christus geschrieben, weil er da erdeutscht wurde und die älteste Abschrift, die wir davon haben, die ist so um das Jahr 1000 gemacht worden. Das heißt also 1000 Jahre zwischen dem Zeitpunkt, in dem Cäsar diesen Text wahrscheinlich diktiert hat, nicht mit der Hand geschrieben hat und dem Zeitpunkt, in dem unsere älteste Version davon aufgeschrieben hat, da liegen 1000 Jahre dazwischen. Das heißt in ganz seltenen Fällen finden wir wirklich mal Texte, die wirklich aus der Antike, also literarisch, ich rede jetzt immer von literarischen Texten, literarische Texte, die wirklich aus der Antike stammen und das ist dann tatsächlich im Normalfall so, dass die dann auf Papyros irgendwo in Ägypten gefunden werden, weil die sich da eben besonders gut halten. So haben wir zum Beispiel von Aristoteles oder einem Schüler des Aristoteles den Staat der Athener, der ist erst so Ende des 19. Jahrhunderts auf ein paar Papiere in Ägypten gefunden worden, dieser Text und das sind dann natürlich Sensationen, das ist dann auch nicht original von Aristoteles oder seinem Schüler, aber zumindest noch ein Text aus der Antike selber. Also ganz, 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 ganz selten findet man tatsächlich dann eben dann doch solche wichtigen Texte dann eben so aus, aus dieser damaligen Zeit noch und das ist dann natürlich spannend. Ja, aber Lukas ist irgendwie abgelenkt, weil Hitchcock trägt einen Badeanzug, ja. Ja, das ist auch das letzte Mal jetzt, jetzt gibt es nochmal so eine Szene, Lukas begafft Hitchcock so in ihrem Badeanzug und damit ist das Thema jetzt auch durch. So, das wird ja jetzt einfach wieder fallen gelassen und war jetzt in dieser Folge, aus welchem, ja, ich habe eine ganz kleine Theorie, komme ich nachher zum Schluss dazu, wofür es da war, aber ja, das war halt da. Noch ganz kurz, Michael, so ganz grundsätzlich die Darstellung dieser alexandrinischen Bibliothek, dass er mehr so einen musealen Charakter hat und jetzt nicht unbedingt wie eine Bibliothek heute, passt das so? Also wird das schon so sein, dass die da… Ja, da, da habe ich mich, es ist spannend, dass du das fragst, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich habe dann mal so ein bisschen recherchiert und es steht tatsächlich zur Debatte, dass in irgendeinem Teilgebäude, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr welchem, dass da offensichtlich auch Platz für Statuen gewesen ist. Aber hier sagst du ja völlig richtig, das wirkt ja fast wie ein Museum, dass da also wirklich auch so Gegenstände und Artefakte gesammelt werden. Das ist mir unbekannt. Also das, glaube ich, hat, also war definitiv nicht die Priorität. Also ich will nicht abstreiten, dass da mancher interessante Gegenstand gestanden hat, aber das ist, glaube ich, für die Serie hier so erfunden. Und der Schatz bestand halt in den Texten. Wäre nicht so schön anzuschauen gewesen. Genau, das wäre natürlich unspektakulär. Ja, und dann hätten die ja auch nie mit diesem riesen Staubsauger angefangen im Sand zu buddeln, weil dann hätten sie ja nichts gefunden. Aber ich beim ersten Mal, also ich muss mal gerade sagen, für die, die mich jetzt nicht aus meinen eigenen Projekten kennen, ich bin da ja eigentlich immer total flexibel, ob da jetzt Dinge richtig oder falsch dargestellt werden und so weiter. Und ich mache mir mehr eigentlich Gedanken darüber, warum wird es so dargestellt. Eben bei dieser Szene, wo Dr. Hassan so die Geschichte der Bibliothek von Alexandrien so ein bisschen zusammenfasst. Da fand ich das dann tatsächlich mal so ein bisschen ärgerlich, weil er spielt halt einen Fachmann und gibt dann eine recht sonderbare Zusammenfassung. Irgendwie das, sowas finde ich dann nicht schön. Hier das mit Homer, haben wir ja jetzt gerade darüber gesprochen, also ist sehr unwahrscheinlich, aber finde ich okay. Nee, es geht ja um die Story, das ist okay. Und ich möchte jetzt auch mal, damit ich jetzt hier nicht nur so rummosere, einen schönen Punkt aufzählen, den mir sehr gefallen hat. Und zwar kommt Dr. Hassan ja auf einmal auch mit so einer Bronzestatue angelaufen und sagt, oh, das ist Gelon von Syrakus. Und Dr. Anna McKenn hat doch recht gehabt. Die Riace-Bronzen kommen von Sizilien und sollten vermutlich nach Rom. Und das finde ich ganz witzig, weil hier geht es um zwei große Bronzestatuen, die Männer darstellen. Und die hat man 1972 vor der Küste des italienischen Riace gefunden. Und die stammen wahrscheinlich so aus der Mitte des fünften Jahrhunderts. Und jedenfalls fragt man sich in der Forschung, wo diese Statuen denn jetzt eigentlich herkamen, also wer die hergestellt hat. Und ja, da die alte Geschichte halt oft so ein bisschen athen-zentrig ist, können sich halt manche Leute keinen anderen Ursprungsort als Athen dafür vorsprechen, vorstellen. Und diese Anna McKenn, die da explizit angesprochen wird, das ist halt eine Pionierin der Unterwasserarchäologie gewesen. Also mittlerweile ist die verstorben und vor allen Dingen war das, wenn ich mich nicht irre, die oder zumindest eine der ersten US-amerikanischen Frauen, die sich in diesem Bereich hervorgetan haben. Und die hat halt tatsächlich mal einen Aufsatz geschrieben und hat sich dafür ausgesprochen, dass diese Statuen vielleicht aus Sizilien kamen. Also nicht aus Athen, sondern aus Sizilien. Sizilien war ja damals griechisch. Das darf man nicht vergessen, das war damals nicht römisch, sondern griechisch und katharisch. Und hat dementsprechend diese beiden Statuen, die man da gefunden hatte, als die syrakusanischen Herrscher Gelon und Heron den Ersten identifiziert. Beziehungsweise hat diese Identifizierung vorgeschlagen. Und das fand ich jetzt mal wirklich, wirklich schön, dass man diese reale Forschungskontroverse aufgreift und dabei gleichzeitig diese besondere Frau dann auch noch würdigt. Also das fand ich wirklich schön. Das fand ich schön und das finde ich so erstaunlich. Das ist hier so schön gemacht. Warum ist dann die Zusammenfassung von Dr. Hassan so komisch gemacht irgendwie? Das fand ich sonderbar, aber vielleicht haben da auch unterschiedliche Leute natürlich darauf eingewirkt. Aber diese Szene, das fand ich sehr schön. Das hat mir sehr gefallen. Ja gut, so eine Szene spricht ja dafür, dass die zumindest für diese Folge ernsthafte historische Beratung hatten. Sonst wäre das da ja nicht drin gewesen. Ja, oder der Punkt war halt dadurch, dass es ja eine Serie ist, die sich primär aufs Wasser, unter Wasser konzentriert, dass die halt natürlich Beratung tatsächlich von Unterwasserarchäologinnen und Unterwasserarchäologen hatten. Vielleicht hatten die ja sogar, müsste man mal gucken, ob das bei der Wikipedia oder der IMDb steht oder sowas. Vielleicht hatten die ja tatsächlich Dr. Anna McKenn als Beraterin auch genommen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Und dann aber in diesem Abriss der Geschichte der Bibliothek von Alexandrien, das ist ja ein ganz anderer Themenbereich, dass sie da dann halt, ja, es nicht so ganz genau genommen haben. Vielleicht. Spannend. Da gucke ich auf jeden Fall nochmal nach und das würde ich dann in Show Notes nachreichen, wenn man da noch eine Verbindung auftun kann. Leider ist die Quellenlage zu Seaquest ja nicht ganz so dick wie zu anderen Seerien. Aber mal schauen, vielleicht findet sich was. So, Lukas und sein Badeanzug, das können wir abhaken. Jetzt geht es aber an der Oberfläche ab. Also da oben treiben sich ja die ganzen Schiffe aus den verschiedenen Staaten rum und jetzt kommen auch die Franzosen dazu. Und deren Schiff kollidiert jetzt mit dem italienischen Schiff und es wird jetzt irgendwie spannender. Also die Situation heizt sich auf und jetzt kommt schon wieder eine seltsame Szene. Denn in der Bibliothek bequatscht Savannah jetzt Bridger und möchte mit ihm so einen Gedankenaustausch machen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Sabine, hast du das verstanden? Was haben die eigentlich genau vor? Ich fand es sehr weird. Irgendwie hat sie ja gesagt, sie hat gespürt, er hat auch Psy-Kräfte und sie sollen sich doch miteinander verbinden, dass er sehen kann, wie toll das ist. Also es war wieder sehr flirty, aber auch sehr esoterisch und irgendwie hypnotisch und sehr seltsam. Und man hat dann nur gesehen, ah, Bridger geht ein bisschen darauf ein, aber spürt dann auf einmal Gefahr. Also sein Spinnensinn, ja. Sein Spinnensinn schlägt an und man sieht dann auch mit einer Unterwasseraufnahme, dass libysche Taucher anfangen, Löcher in das Kuppeldach zu bohren, um Sprengladung anzubringen. Und in der Kuppel sind dann noch Bridger, Savannah und Lukas und man sieht dann, wie immer mehr Wasser eindringt durch die Kuppel und die Luftblase beschädigt wird. Und auch die SeaQuest wird unter Beschuss genommen und wird von einem libyschen Schiff mit Wasserbomben angegriffen. Also wir haben die SeaQuest in Gefahr, wir haben unsere Leute in der Kuppel in Gefahr und wir haben natürlich auch die Artefakte in Gefahr. Aber die SeaQuest fackelt nicht lange und schießt ein Torpedo ab. Und am Anfang dachte ich, okay, jetzt wird das Schiff zerstört, aber sie haben ein Torpedo ohne Sprengstoff genommen und sagen dann über Funk so, das war die letzte Warnung. Ja, das nächste Mal schießen wir scharf. Haben wir Glück gehabt, denn das wäre ein handfest bei internationaler Konflikt geworden, glaube ich, die da angezettelt hätten. Wenn die da alle mit Kriegsschiffen und sich gegenseitig schießen. Ich glaube, da darf man nicht näher drüber nachdenken, aber das ist schon krass. Ja, aber Gott sei Dank gelöst und jetzt ruft Bridger erneut beim Admiral an. Und da geht die Frau des Admirals ran, nämlich Jane, im Bett. Im Nachthemd. Liegt da im Bett. Ja, wie man das so macht. Und da musste ich auch tatsächlich, also ich fand die Szene erst seltsam, aber dann habe ich mir überlegt, okay, diese Serie wurde in den 90er Jahren gedreht. Und da war es tatsächlich normal, dass man Leute angerufen hat zu Hause und die hatten ein Telefon neben dem Bett stehen und dann ist da halt einfach einer drangegangen. Das kann die Frau gewesen sein, das kann der Mann gewesen sein, wer auch immer. Und das haben die jetzt versucht, auf diese damals ja noch quasi undenkbare Videotelefonie hochzurechnen. Dass das heute so nicht ist, keine Frage, aber so als Situation konnte ich das dann nachvollziehen, auch wenn es erstmal weird wirkte. Ja, auch nochmal die Verbundenheit von Bridger mit Admiral Hurt, weil jetzt sprechen sie ja wieder privat und da dutzen sie sich auch. Und er kennt auch die Frau und sagt, ja, gib mir mal deinen Mann. Und man sieht da wirklich die Freundschaft, wohingegen bei offiziellen Dienstgesprächen, wo noch andere Anwesenheit sind, ist es ja doch dann das Gespräch eher distanziert. Ja, und Sie haben jetzt auch das Leck gefunden. Also nicht das Leck in der Kuppel, sondern das Infoleck, genau, ja. Das liegt nicht an Bottea Siegwest, sondern Dr. Westphelen hat ihre Forschungsergebnisse an ihre Universität geschickt und das wurde auch von der UIO genehmigt. Aber an der Universität war jemand, der dann die Daten weiterverkauft hat. Also die Crew ist rehabilitiert. Und woraufhin dann Bridger auch das Spezialteam noch einmal in die Mangel nimmt, ja, warum sie den Frieden absichtlich gestört haben und sie alle so durchleuchtet haben. Und da stellt sich dann raus, dass das Psy-Team keine Lust mehr auf die Arbeit hat und sie eigentlich in Rente gehen wollen. Ja, und dann halt diese sich extra jetzt schlecht anstellen wollten, damit sie nie wieder zu solchen Missionen gerufen werden. Und da haben wir auch noch eine Spiegelung der Szene von Bridger mit Lukas, wo er sagt, naja, warum habt ihr nicht um Hilfe gefragt, ja, warum habt ihr mir nicht die Wahrheit gesagt und einfach um Hilfe gebeten und verspricht ihnen dann auch Hilfe, dass er ihnen helfen will, dass sie nicht mehr dieser Arbeit nachgeben. Ja, und jetzt gibt es aber vorher noch mal eine neue Konferenz. Also es gibt sozusagen den zweiten Versuch. Alle verhandeln auch noch mal mit. Und ja, jetzt schändelt der Bridger seinen inneren Cisco, hatte ich so das Gefühl. Denn ich hätte Captain Benjamin Cisco aus Star Trek genau diese Rede jetzt zugetraut und genau diese Handlung. Er erzählt dann einen von Gemeinsamkeit und so weiter, zerstört eine der gefundenen Amphoren und sagt, so, jetzt kann jeder eine Scherbe haben, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann müssen wir das jetzt so machen. Ich schlage hier alles kaputt und will dann halt irgendwie übertragen, klar machen, nee, so geht es nicht. Also wir müssen jetzt irgendwie eine Einigung finden, sonst geht einfach alles kaputt. Und als nächstes wird er dann ein libysches Throngefäß zerstören und droht auch da wieder, damit es zu Boden zu verschmeißen. Und dann kommen die Verhandlungen jetzt aber ins Rollen und man ist sich einig, okay, wir müssen uns hier irgendwie einigen. Und da an der Stelle ist alles gut. Dann wird am Ende noch das Spezialteam verabschiedet. Die wandern jetzt nach Spanien aus. Bridger bekommt noch ein Abschiedsküßchen von Savannah. Findet er aber, wenn ich ihn so richtig interpretiere und sein Gesicht ausdruck, das ist immer noch total komisch und es entsteht überhaupt keine Romantik. Und damit ist die Folge tatsächlich zu Ende und zwar relativ zügig. Also das, was jetzt passiert ist, zum Schluss, in drei Minuten ist da der Konflikt aufgelöst worden zwischen diesen ganzen Nationen. Es ist alles okay mit den Psi-Leuten. Jetzt geht man raus und wir haben wieder Meeresfakten. Bob Ballard erzählt noch was zum Thema Bergung von Wracks und wie Wracks im Meer konserviert werden. Also Schiff-Achs, um da so einen groben Bezug herzustellen noch zu dieser alexandrinischen Bibliothek. Abspann fertig. So, dann kommen wir ins Fazit, würde ich sagen. Und Michael, der Gast darf zuerst. Was hältst du denn von der Folge? Ja, wie gesagt, war das seit 30 Jahren die erste Folge, die ich gesehen habe. Ich hätte, wäre ich nicht gerade erst aus dem Urlaub wiedergekommen und hätte die Zeit noch gehabt, hätte ich mir tatsächlich gerne vorher noch die anderen Folgen, die davor kamen, angeguckt. Es hat mir aber tatsächlich wieder gefallen. Also ich glaube, ich werde mir jetzt auch die anderen Folgen nochmal anschauen, um das nochmal zu gucken. Ich habe vor allen Dingen eben eine ganz konkrete Folge von damals noch in Erinnerung, die ich sehr gerne nochmal sehen würde. Und klar, ich hatte eben schon mal gesagt, hier Dr. Hassans Zusammenfassung der Geschichte der Bibliothek, die hat mich dann aus beruflichen Gründen ein bisschen getriggert. Die anderen Sachen, zum Beispiel das mit der Unterwasserarchäologin, das fand ich ganz schön. Grundsätzlich ist das natürlich ein Thema, mit dem man mich abholt, die Bibliothek von Alexandrien. Und natürlich ist mir ja auch klar, das geht hier um Unterhaltung, es geht hier nicht um Wissenschaft. Insofern nehme ich das natürlich auch alles nicht so ernst, wie ich es jetzt hier der Gründlichkeit halber aufgelistet habe. Hier ging es ja nur darum, um es jetzt mal prinzipiell darzulegen, inwiefern das Sinn hat oder nicht. Die Szenen mit Stacey Heidock, die sind mir, wie gesagt, sehr, sehr in Erinnerung gewesen. Aber was halt jetzt wirklich neu für mich war, war, wie creepy das eigentlich dargestellt war. Das fand ich dann jetzt doch ganz erstaunlich. Ich kann jetzt, weil das die einzige Folge war, die ich mir angesehen habe, kann ich es natürlich jetzt nicht im Verhältnis zu den Folgen vorher sagen. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich tatsächlich nochmal Lust habe, mir jetzt auch die anderen Folgen anzugucken. Ja, cool. Wir bewerten mit einem bis vier Delfinen, wobei eins richtig schlecht ist und vier richtig gut. Und wenn du Zwischennoten geben willst, darfst du auch Zwergdelfine vergeben. Ja, ich glaube, da würde ich, also du meinst, ich könnte auch 2,5 sagen. Ja, ich glaube, ich würde eine 2,5 sagen, weil jetzt habe ich gerade eben ganz vergessen zu sagen, ich habe mich ja so über die, über diese klischeehafte Darstellung der afrikanischen Nationen und so weiter aufgeregt. 2,5 sage ich mal. Also ich hatte auch in der Folge viele Hoch- und Tiefs. Also die Tiefs waren bei mir wirklich der ganze Plot mit dem C-Spezialteam und dieser erzwungenen, nicht funktionierenden Romanze. Und das erinnert ja irgendwie auch an eine schlechtere Folge von Outdoor Limits oder Akte X. Vielleicht war es auch Absicht, weil sie ja zu der damaligen Zeit dann Akte X auch sehr populär war, dass sie da in diesem Pfarrwasser mitschwimmen wollten. Was mir natürlich wieder sehr gefallen hat, waren die, der wissenschaftliche Aspekt, also dass man auch mal ein Augenmerk gelegt hat auf Unterwasserarchäologie, dass es nicht nur Archäologie an Land gibt, sondern auch halt unter Wasser und dass da auch viele Artefakte noch sind. Und auch der Aspekt, wem gehören denn jetzt die Artefakte, wenn man sie findet? Kommen sie aus dem Land, wo sie herstammen oder gehören sie dann dem Land, wo sie geborgen werden? Also dass das aufgegriffen wurde. Und was mir auch sehr gefallen hat in dieser Folge, man hatte einen deutlich höheren Anteil, diesmal wieder von Team Wissenschaft gegenüber vom Team Militär. Und man hat auch gesehen, dass die Crew immer besser miteinander interagiert und dass Pritcher sich auch komplett vor sein Team gestellt hat, vor seine Crew, als es darum ging, die undichte Stelle zu finden. Das nächste Low war natürlich wieder diese ganzen Lucas-Hitchcock-Szenen. Aber andererseits, wenn man jemanden fragt, ja, an was erinnerst du dich an Siegfest? Dann kommt halt hier die Badeanzugszene oder der Delfin. Also andererseits waren sie auch sehr prägend für Siegfest schlicht hin, sodass ich dann am Ende durch die Siegfähigkeiten zwei Delfine diesmal geben würde. Ich kann ihm gar nicht so viel hinzufügen. Was ich jetzt nochmal mitgenommen habe, auch dank Michael, ist, also mein Höhepunkt ist einfach diese Bibliothek. Ich finde die als Kulisse toll, da kannst du gucken. Ich finde sowieso Siegfest hat so tolle Schauwerte. Ich habe, wenn ich sonst an die Serie zurückgedacht habe, ich habe immer an diese CGI-Effekte gedacht, die mich damals durchaus beeindruckt haben. Das tun sie jetzt natürlich nicht mehr so, aber das fand ich damals spannend. Und wenn ich jetzt dieses Boot von innen sehe oder auch was sie sich für eine Mühe gegeben haben, diese Bibliothek einfach da zu bauen, diese Kulisse oder auch, ja, es ist absurd, dass die das am Strand machen, aber dass die das überhaupt am Strand machen und draußen und da so Zelte aufstellen und Kamele ankarren und so, klar ist das auch Klischee, aber diesen Aufwand, den finde ich ganz, ganz toll. Und das macht mir in jeder Folge wirklich Spaß zu schauen, weil da ist immer was los. Und ich habe jetzt auch mal mitgenommen, dass sie da nicht völligen Unsinn in diese Bibliothek reingestellt haben, sondern dass es zwar unwahrscheinlich ist, dass das ganze Zeug da zusammen war, aber dass es schon in sich schlüssig ist, das fand ich richtig toll. Storymäßig fand ich es zu voll. Also wir haben ja nicht nur, die finden nicht nur diesen tollen Schatz, die haben dann noch diesen Konflikt mit den Anrainerstaaten. Die streiten sich nicht nur, die kommen alle mit der Marine an und wollen das da richtig ausfechten und man steht irgendwie vor einem ernsthaften, bewappneten Konflikt. Dann kommen noch diese Vermittler, die auch noch Parapsychologen sind, die aber auch noch eine eigene Agenda haben, damit sie irgendwie die Möglichkeit haben, abzuhauen. Und dann kommen noch diese seltsamen Lucas Hitchcock-Geschichten da drauf. Also das ist so nicht so gerade auf der Haben-Seite. Ich bin am Ende auch bei Zwei Delfinen und was ich langsam merke ist, diese weirden Szenen, die es immer mal wieder gibt, ich glaube, das ist ein Stilmittel. Und da bin ich mal gespannt, wie das in den nächsten Folgen weitergeht, ob das immer so weitergeht, dass da so aus dem Nichts einfach Sachen mit komischer Musik ein Cringe-Faktor passieren. Sondern da freue ich mich jetzt auch einfach drauf. Also zwei Delfine von mir, zwei von Sabine, 2,5 von Michael. Mir sind da gerade noch ein paar Punkte durch eure Fazits eingefallen, wenn ich die noch gerade sagen darf. Das mit dem, ich sage mal, mit diesem Museum-Charakter, ich weiß nicht, ob ich das eben schon mal gesagt habe, aber das könnte natürlich vielleicht damit zusammenhängen, dass die Bibliothek von Alexandria ja ein Bestandteil des Museums war, das eben ein Heiligtum der Musen war. Und das war eben ein, ja, ein universelles Forschungsinstitut in ziemlich großem Stil. Und es könnte natürlich auch sein, dass man das einfach als Museum übersetzt hat oder missverstanden hat, als man die Serie geschrieben hat. Das könnte daher vielleicht noch kommen. Aber was viel wichtiger ist, du hattest eben gesagt, wie sehr dich die Bibliothek als solche abgeholt hat. Und das ist etwas, das habe ich eben völlig vergessen zu sagen. Die Bibliothek von Alexandria, das ist ja auch, also wir wissen so verschiedene Sachen darüber. Vieles müssen wir aber, können wir nur mutmaßen und so. Wir wissen ja nicht so recht, wann sie jetzt wirklich wie kaputt gegangen ist. Und wir schätzen das so vielleicht, also so ein paar hunderttausend Schriftrollen oder Bücher da gewesen sind und so weiter. Also das Ganze ist ja irgendwie ein Mythos, ein Traum. Und es geht ja darum, das ganze Wissen der Menschheit da versammelt zu haben. Und das verbinden wir ja mit ganz vielen tollen Ideen und Utopien und was weiß ich was. Und dafür steht das Ganze ja bildlich. Und das ist natürlich dann auch schön in dieser Folge. Das wird da ja auch ganz klar gesagt. Wir wollen diese Bibliothek nicht auseinandernehmen. Wir wollen keine Kleinstaaterei, sondern wir wollen, dass die ganze Erde, die ganze Menschheit davon profitiert. Das ist ja eigentlich dann auch wieder eine ganz nette Aussage, für die man diesen, ich sage jetzt mal Mythos, Bibliothek von Alexandria, dann ja ganz clever anzapft eigentlich. Ist mir gerade noch so eingefallen. Schönes Schlusswort zur Folge. Da würde ich sagen, und damit taugen wir jetzt auch wieder auf. Und was ihr vielleicht schon gesehen habt, auf Twitter oder Masterton, dass wir ein Hashtag geschaffen haben, maritime Montagsmusik. Und zwar erstellt Patrick eine Darwinpot Spotify Playlist mit Songs, die in irgendeiner Verbindung zum Meer, Seefahrt, U-Boden, Wal, Strand, Küste oder anderen maritimen Themen sind. Und wir haben natürlich jetzt, Michael, du hast als Gast das Privileg, auch einen Song für die Playlist vorzuschlagen. Ja, ich nehme, weil es jetzt aus verschiedenen Punkten passt. Einmal, weil wir uns ja unter Wasser befinden und wir mit einem U-Boot unterwegs sind. Andererseits, weil ich ja eben Althistoriker und Fantastikforscher bin, nehme ich von Donovan das Atlantis-Lied. Ja, wunderbar. Ja, ich werde dann auch in dieser Folge das erste Mal Link zur Playlist auf Spotify drin setzen. Da kann man dann alles auch nochmal nachhören, wenn man möchte. Und ansonsten meldet euch gerne mit Audiobeiträgen und Science Facts bei uns. Schickt das an unsere E-Mail-Adresse, die wird nachher nochmal erwähnt. Sagt uns eure Folgenbewertung, was auch immer ihr möchtet. Und dann spielen wir das gerne hier im Podcast ab. Und bevor ich jetzt komplett abbinde, nochmal kurz Raum für dich, Michael. Sag mal konkret, wo kann man dich finden? Wie kann man von dir lesen? Wie kann man dir folgen? Und so weiter. Machen wir Werbung. Ja, also am einfachsten bin ich eigentlich über fantastische-antike.de zu finden. Das ist halt mein Blog, der sozusagen der Knoten aller meiner Umtriebe ist, der Knotenpunkt. Da hat man den Podcast, aber eben auch schriftliche Artikel. Da hat man Hinweise zu den Büchern und Aufsätzen, die ich geschrieben habe. Und da hat man Links zu meinen sämtlichen Konten bei Twitter, bei Mastodon, bei Instagram, Facebook und wo auch immer. Und da kann man sich dann umfassend über alles informieren, was ich so mache. Und würde mich natürlich total freuen, wenn ein paar der Zuhörerinnen und Zuhörer so gefallen an meiner Schnittstelle zwischen alter Geschichte und Fantastik hätten und dann sehr gerne doch mal vorbeischauen könnten oder würden. Sehr schön. Dann hoffen wir das auch. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir dich für diese Folge gewinnen durften. Und ich persönlich habe jetzt auch sehr viel gelernt jetzt noch. Oh ja, vielen, vielen Dank, Michael. Das war wirklich eine Bereicherung für diese Folge. Ja. Definitiv. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Also ich muss sagen, es hat mir wirklich nochmal Spaß gemacht, auch all das hier über die Bibliothek von Alexandrien nochmal rauszusuchen. Ich habe natürlich hier viel mehr auf meinem Notizzettel stehen, als ich hier überhaupt erzählt habe und so, weil ich halt so viele Sachen so unglaublich spannend daran finde. Und es hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht, die Sendung vorzubereiten. Ja, und uns hat Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Wenn ihr mit uns quatschen wollt, wir haben einmal eine Kommentarfunktion auf unserer Website. Ihr findet uns auf Twitter als at DarwinPod, auf Mastodon als at DarwinPod at podcast.social oder schreibt uns einfach eine E-Mail an darwinpod at web.de. In den Shownotes findet ihr auch nochmal unsere persönlichen Accounts. Und damit haben wir dann für heute die Episode im Kasten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö. Musik